Die Berliner Mauer Der Vertrauen in die menschliche Natur ist gebrochen. Aber in der Armut, Traurigkeit und Korruption, zwei Freunde glänzen hell. Tom und Laura haben immer füreinander da gewesen. Durch gute und schlechte Seiten, sie sind stark bleiben. Stasi jetzt versucht, wahres Leben zu zerstören. Sie muss ein Weg finden zu entkommen. Oder stehen der harten Strafe der Stadt. Die paar sind verfolgt von zwei der Stasi's besten Männer. Hallo, Lara. Hallo, Tom. Du bist spät. Ja, ich weiß. Ich habe dir länger weg genommen. Ich denke... Du bist was? Ich denke, ich bin verfloppt. Ich habe ein misstrauischen Figuren gesehen. Von, von? Ich weiß nicht. Das ist ein Lesser-Zeit-Hoffer passiert. Ich rede mir sie, Venus. Venus. Ja, du weißt. Die Westdeutschland-Show mit einem Schau-Arbeiter. Du bist ein Nerd. Gehen wir ein geheimer Ort zu sprechen. Gute Idee. Was ist los? Ich brachte ein össlicher CD bei Ihnen kaufen. Ah, welche? Die wunderbare Stylion von Dirk Wiggles. Warte. Sehr schön. Mein Kind liebt Dirk Wiggles. Wirklich? Okay, ich liebe Dirk Wiggles. Ja, du hast kein Kind. Na ja, hier ist deine Masch-Protetos. Danke, danke, danke. Du mein Kind, du hast ein komischer Geschmack. Woher geht Tom? Woher geht Tom? Ah, wie gesagt, wir müssen... Wir wollen in Provence. Ah, gut Ding, dass wir unsere Überwachung haben. Wunderbar. Thomas, was ist das? Ich weiß nicht, aber ich bin sehr schrecklich. Ich weiß. Ich wette, es ist verboten. Potato. Potato, potato, potato. Potato. Okay. Wie geht's? Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Setsen Sie sich! Hände unter Ihre Beine! Sie sprechen, wenn Sie sind gesprochen zu. Wie starten Sie sich? Warum bin ich hier? Ich bin auch fragen Sie. Sie müssen keine fragen. Verstehen Sie? Ja. Wie heißen Sie? Ich heiße Tom. Woher kommen Sie? Ich komme aus Berlin. Wo hast Sie Geburtstag? Mein Geburtstag ist 1.8. Wie heißen Sie? Ich bin 20 Jahre alt. Wissen Sie ein Klondike Bar? Ja, natürlich! Sie sind meine Lieblingsessen. Ich liebe Schokolade und Vanilleeis. Ich muss Klondike essen zu leben. Sie müssen Klondike essen zu leben? Das ist interessant. Sie lieben Klondike. Wollen Sie alles für mich haben? Ich glaube. Ich würde. Würden Sie? Ein Freund verraten für eine Klondike? Was? Ich weiß nicht, was Sie interessiert. Ich bin ein guter Socialist. Ich liebe meine Trabi. Ich liebe Langerfahrt zu schlagen. Und ich liebe politische Unterdrücken durch den Rechtsraum. Sie sind ein Lugner. Ein Informant hat gesagt, dass Sie sind der gute Freund von einem Staatsfeil. Kennen Sie Laura ja? Ja, ich kenne Laura. Und Sie haben gesagt, dass Sie lieben Klondike? Ja. Ja, ich habe das gesagt. Sie können nicht ohne Sie überlebt? Ich weiß nicht. Aber was ist das? Du bist zu tun mit Lara. Was ist das Sie wissen? Nein. Ich habe keine Idee. Ich weiß nicht. Was ist das? Sie wissen nichts, oder? Sind Sie gewiss? Nun, wissen Sie, was dieser ist? Ja, das ist ein Klondikepark. Ein kusslich, lecker, Schokolade, Stück des Inneres. Es ist Deiner. Meine? Ja. Wenn Sie sagen uns alles, Sie wissen über Laura und ihre Geheimnisse. Ah, okay. Ich kann nicht widerstehen. Ich brauche der Klondikepark. Lara. Es tut mir leid. Nein. Ah, Tom. Ich habe einen kleinen Klondike gesehen. Ja. Ich weiß. Es tut mir leid. Ich war ein bisschen beschäftigt. Beschäftigt? Mit was? Nur eine persönliche Engligkeit. Um so weißt du, wie bist du? Etwas nur? Komm her. Was? 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 Glaube, dass ich fand ein Weg aus Ost-Berlin. Wir können schießig verlassen dieses Dokument. Und du kann hören auf die Weg aus, alles du willst. Wann wirst du lasst das gehen? Nie. Scheiße. Blick auf diese. Wenn wir können nahe genug reinkommen zu der Grenze, wir können gehen über. Dieser Ort ist nicht bewacht so gut. Die Wacken tun ihre Runden. Richtig? Ja. Ja. Es gibt ein Lock in ihrer Seite. Zwischen 13 Uhr in vierte Nachtweichzug die Wacken müssen weg sein. Wenn sie gehen, wir müssen schnell laufen und hoffentlich, wir werden gelingen. Und du willst mich zu gehen mit? Ja. Natürlich, Tom. Du bist meine besten Freunde. West-Berlin würde wahnsinnig ohne dich sein. Warum? Wirst du nicht gehen mit? Nein, nein. Ich will gehen. Gut. Auf Montag. Treffe mich unter die große Baum. Neben die Grenze. Okay, okay. Das ist dann. Ich muss gehen jetzt. Jetzt. Aber ich habe ein neues Wittelslied für du. Das ist toll. Aber... Das ist toll. Aber... Ich würde hören auf es später. Sie haben gut gemacht, Tom. Sehr gut. Wie versprochen dein Kontakt war. Wir werden sie und das Staatsfeind treffen an der Grenze. Montag. Die Grenze von der Berlin-Mauer. Montag. Die Grenze von der Berlin-Mauer. Komm. Willst du wirklich hier bleiben? Ohne die Wiggles? Ohne Freiheit? Nein. Aber... Keine aber. Gehen oder bleiben. Jetzt. Die fucking gehen. Komm. Komm. Bitte. Nein. Там. Ich gehöblich. Das ist ein guter Burger. Laura! Sie sind in Usura half jetzt. Aber was? ай! айт! Komm. Komm. Frau. Waaaar! Ich habe alle gemacht. Ich war ein Klandygeben. Sechs Jahre später, die Mauer ist schließlich gefahren. Alle Haftlingen sind veroffenlich. Waren sucht dann aber. Oh, wait. Oh, wait. He's picking up a chair, man. Das ist toll, aber ich werde Horn und auf das Späte. Später. 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 Nun, wissen Sie was diese ist?